So, und damit herzlich willkommen zurück zu dem Letzten. Wir sind ja immer dabei. Eigentlich wollte ich jetzt hier tatsächlich ein Eisen zu montieren. Da war eigentlich schon mal so alles zurück. Aber wieso habe ich keinen Ersatzteile? Das ist eine Ersatzteile. Das sage ich gerade so ein bisschen. Habe ich keine... Das kommt jetzt gerade mal in den Felgen. Und die Sonne soll man aus diesen bisschen sterben. Nur Felgenknall. Platz. Es sind aber nicht hier eigentlich. Das sind die vier Stück. Die Frage ist ja nicht. Aber vier Stück. Das ist halt zwei. Aber eigentlich müsste ich alle vier haben. Ja. Das ist ja klar. Ach, was ist das hier? Das ist ja klar. Das ist ja dann speziell eine eigene Jeep. Genauso. Okay, das sind ein paar Fahrzeuge. Aber das riecht nicht. Ach so, ich weiß was ich machen muss. Ha, 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 ha. Ich muss dich ein bisschen übergeben. Ich muss dich erst mal hier reinsetzen. Reifenwuchtgerät. Warte mal. Ich habe hier nur Reifenmontagegerät. So ein bisschen nebenbei gerade. Doch hier, na? Die Reifen und Tiermaschine. Natürlich. Ich muss die Reifen erst mal mit der Felge verbinden. So. Ja. Klar, dass wir heute noch keine Ansatzteile haben. Es war keine falsche Fälle, dass wir gesagt haben, nicht. Und hier halt. Geben. Und. Wir nutzen. Ausbruchte. So. Ja. Ja. Bitte. Ja. Ausbruchte. Jetzt nehme ich mal schon die zweite. Ja. 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 Da war ich schon mal drauf. Ja. 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 Und. Ja. 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 Das ist so. Das wäre natürlich nicht normal, das kann so weit ist weiter. Gut, okay, da habe ich zumindest passiert, da hängt schon ja die ganzen Läste drauf. So, dann nehmen wir mal den Reifen. Und das Reifen hochgeräten. Bam, jawohl. So, nächste. Reifen. Reifen hat sich nicht mehr dran zu sagen, Reifen drauf. Da kriegst du einen schönen Weg, also da hat der Reifen drauf. Ja, egal, egal, schön, was frisch ist. So, okay. So, dann. Raus machen. So, Reifen aufziehen. Letzte Reifen, jawohl. Und dann ist das Auto schon wieder fast fertig. Und das ist auch zu schwer, Spaß, muss ich sagen. So. Und. Und. Reifen. Brauche ich es genau. So, dann sind die Reifen nämlich drauf. So, ich war nicht in der falschen Kurs. Komm jetzt einmal in der Hand noch nicht abnehmen. Aber da fand ich noch nicht erledigt. So. So. Jetzt werde ich noch so ein bisschen durchsteigen. Das ist das Spiel, ja. Tutorial, ja. Da hat sich schon Tutorial schon dritten. Nein, alles gut. Ähm. So, dann passt das nochmal. Dann haben wir die Reifen nämlich auch fertig. Dann haben wir die Reifen drauf und dann vermeiden wir weiter. So, dann ist der auch so weit. So. Dann weiten nämlich schon die Reifen drauf und dann vermeiden wir weiter. Dann machen wir weiter. Und weiter. So, dann ist der auch fertig. Dann ist der auch fertig. Dann ist der auch schon drauf, beinahe oder nicht. So. Dann ist der auch noch alles nicht. Dann ist der auch noch nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir hier schon. Aber hier ist schon weiter drin. Ja, können wir. So, das ist besser. Das haben wir dann auch in der Tat laufen. Was ist das jetzt? Die kurze Klammer. Ach, die Klammer muss auch noch dran. Klammer muss drauf. Klammer muss drauf. Klammer. Können wir schon wieder verkaufen. Den brauchen wir nicht. Ja, ja. Wenn es steigen, dann können wir auch noch weiter werden. Dann müssen wir die Klammer noch reinbauen. Dann setzen wir den runter kurz. Den Wagen. Dann brauchen wir nicht nochmal hoch. Dann gehen wir selber nicht nochmal hoch. Die Klammer fehlt nämlich hier an dem links hier, glaube ich. So. Und da. Genau. Bis vorher das Ding hier abspringt. So. So. Warte mal. Hier ist eine Klammer. Die ist auch da rein. Und dann fehlt doch da hinten die Klammer. Das ist noch filterte, keine Klammer kurz. Was ist das? So. Dann geht es der auch wieder durch. So. Gut. Was haben wir noch vor dem Detail? Wir haben noch den Kraftstofffilter. Die restlichen brauchen wir jetzt nicht mehr. Die kann ich verkehren uns jetzt mal ohne den Kraftstofffilter umeinhalten. Und dann müssen das Auto eigentlich so weit wieder durch sein. Ne? So. Die Frage ist. Decker. Die muss auch hier oben sein. So. Die muss auch hier oben sein. Warte mal. Ähm. Die muss auch hier oben sein. Das ist ja nicht irgendwo links. Da ist ja nicht irgendwo links. Doch. Da ist ja wieder da. Da ist ja was da. Da kommt die Jager-Buchse, aber wo fehlt denn der Scheiß-Dings-Felter? Wo ist denn der Scheiß-Felter an? Das ist das unbedinglich. Das ist ja einfach nur ein Karscher-Felter, jetzt sehen wir ein Karscher-Felter. Karscher-Bestörker. Oh, zum Heller bist du... Aber hier ist ja der... Das ist der Karscher-Felter, ne? Ja. Karscher-Felter. Verlagsträger. Wo ist denn der Karscher-Felter? Der Karscher-Felter hat uns jetzt gerade tatsächlich... Ich hoffe, ich werde jetzt vergessen, wie ich einsetzen muss. Okay, erst hier die Logo-Gart. Da! Kärpfen! Kärpfen! Gut. Äh, ne, ne, ne. Die Montage ist von der Kärpfer-Serie-Tile. So, und auch. Das ist ja gar nicht selber lagieren. Das habe ich eigentlich bisher zu ersetzen können, oder? Da muss ich jetzt nicht die... Muss ich jetzt nicht anfangen, das Ding zu lackieren. Komplett. Noch mal die Mutter aufzunackieren. Dann kann ich jetzt sogar fertig der Wagen, oder nicht? Dann muss ich jetzt selber was machen, oder? Also, das kastend, da habe ich hier nicht irgendwas in Fehlenspanner. Dann muss die sogar auch so weit, oder nicht, was kann man eigentlich nennen, oder, weil voice-是什麼 Dann muss ich jetzt nur die Valkiere direkt vorbei. Das ist das Problem. Jetzt habe ich noch mal zu haupt, was der Haustteil gesagt hat. Gehören, reference ein Schwer. Dann regnen wir den Spicht auf der schon wieder ein. Das ist jetzt alles bereit. Klar! Ach ja, der hat's schon gehört. Ich muss ja jetzt gucken. Ach der Fall, ich hab jetzt gesagt, sie hat ja alles verloren. Ich muss jetzt ein bisschen sehen. Das ist ja nicht schön, dass ich hier war. Und ich habe jetzt auch hier. Ich glaube, ich stehe jetzt hier richtig, aber... Kann ich hier jetzt nicht. Ja, ich glaube, es gibt einen Schraubplatz. Ich kann jetzt einen Schraubplatz... Ich kann jetzt einen Schraubplatz verändern. Aber das ist nicht. Ich glaube, das ist auch hier. Auf der Kaste. Oder nur... Ich weiß, warum ist der Kaste? Das pcht. Das ist nicht sicher. Okay. Ich habe eine Maschette fast privat. Das kann ich alles wieder sagen. Jetzt haben wir uns mal das Auto verkriegen hier. Ich wollte jetzt gern mal das Auto hier. Warte. Ich habe hier noch 2,5 Tage. Ein Consistent. Ich versetze jetzt nochmal. So, eigentlich ist er jetzt ja, ja, schön, toll. Es ist zwar noch nicht ganz zutreiber 200 Plätze. Und dann muss ich jetzt alles in die anderen Sachen jetzt einfach mal 200 Plätze reinigen. So, jetzt ist er jetzt fertig. So, eigentlich ist er jetzt da. Fertig. So. Keine Hälfte zum Gefühl. Genau. Ich habe das erste Auto voll. Ich habe das erste Auto fertig. Sehr gut. Wir haben jetzt diese Kohle einbekommen. Wir können jetzt das nächste Fahrzeug können. Und dann kann ich jetzt das auf die E-Mail mit setzen. Da. 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 Und das ist tatsächlich das. Oder der Tausdruktion. Alles glare. Gefundene Fekte. Teilen wurden begann geschehen. Wir sind ein bisschen die H-Mail. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.